Deutschlandfunk 20 Uhr, die Nachrichten, zunächst die Übersicht. Die Bundesregierung will das Pandemie-Geschehen künftig auf einer anderen Grundlage bewerten. Die Regierung in London hat ihre Pläne zur Aufhebung der Corona-Maßnahmen in England bestätigt. In Bulgarien markiert die knapp ausgegangene Parlamentswahl das Ende der Ära Borisov. Die Meldungen im Einzelnen. Zur Beurteilung des Pandemie-Geschehens in Deutschland will die Bundesregierung künftig mehr Faktoren heranziehen. Die möglicherweise drohende Rückkehr zur sogenannten Bundesnotbremse soll nach den Worten von Regierungssprecher Seibert nicht mehr automatisch an einen Wert der Sieben-Tage-Inzidenz geknüpft werden. Man werde dies in Abhängigkeit der Fallzahlen, der Fortschritte beim Impfen und der wissenschaftlichen Einschätzung entscheiden. Der Zusammenhang zwischen Fallzahlen und etwa der Zahl der Intensivpatienten habe sich möglicherweise verändert. Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums betonte, dies sei nicht als Abkehr von der Inzidenz zu verstehen, die ein wichtiger Parameter bleibe. Nach Angaben des Ministeriums sollen die Kliniken mehr Details zu Covid-19-Fällen melden. Dies sei neben der Belegung von Intensivstationen etwa die Art der Behandlung und der Impfstatus der Patienten. Eine entsprechende Verordnung dazu wurde heute erlassen. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft warnte vor einer Mehrbelastung und erklärte, die wichtigsten Punkte würden auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes bereits jetzt an die Gesundheitsämter gemeldet. Vor dem Hintergrund steigender Corona-Neuinfektionen hat Bundesgesundheitsminister Spahn eine Beschleunigung des Impftempos gefordert. Gestern seien so wenige Menschen in Deutschland geimpft worden wie zuletzt im Februar, erklärte der CDU-Politiker. Anders als im Februar sei nun aber genug Impfstoff vorhanden. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums wurden gestern 221.720 Impfdosen verabreicht. Knapp 43 Prozent der Gesamtbevölkerung sind vollständig geimpft. Knapp 59 Prozent haben mindestens eine Dosis erhalten. Die bisher meisten Impfungen wurden am 12. Mai mit mehr als 1,4 Millionen Dosen durchgeführt. Das Robert-Koch-Institut meldete heute 324 neu registrierte Corona-Infektionen, 112 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg den sechsten Tag in Folge an und liegt jetzt bei 6,4. Trotz der bevorstehenden Lockerungen der Corona-Maßnahmen in England hat Premierminister Johnson die Bevölkerung weiter zu Vorsicht und Rücksichtnahme aufgerufen. Die Pandemie sei bei Weitem nicht vorbei, sagte Johnson in London. Sie gefährde weiterhin die Gesundheit der Menschen. Deshalb könne die Bevölkerung nicht einfach zu einem Leben wie vor der Corona-Krise zurückkehren. Die Regierung empfehle deshalb mit Nachdruck, an Orten mit vielen Menschen wie etwa im öffentlichen Nahverkehr nach wie vor eine Maske zu tragen, betonte Johnson. Zudem sollten Nachtclubs und andere Veranstalter den Impfstatus ihrer Gäste auch künftig mithilfe eines digitalen Nachweises kontrollieren. Eine gesetzliche Grundlage für solche Maßnahmen gibt es dann aber nicht mehr. In England werden ungeachtet steigender Infektionszahlen durch die hoch ansteckende Delta-Variante am 19. Juli fast alle Corona-Maßnahmen aufgehoben. Damit entfallen zum Beispiel Abstandsregeln, Maskenpflicht und die obligatorische Registrierung etwa beim Restaurantbesuch. Auch Nachtclubs und Diskotheken dürfen dann wieder Besucher empfangen. Lediglich die Einreiseregeln, die für Nicht-Geimpfte oder Einreisende aus sogenannten Roten Ländern eine Quarantäne vorschreiben, bleiben in Kraft. Die Grünen haben ihre Kampagne für die Bundestagswahl vorgestellt. Bundesgeschäftsführer Kellner sagte, die Partei stehe mit ihrem Spitzenduo Baerbock und Habeck sowie Baerbock als Kanzlerkandidatin für einen neuen Aufbruch. Es gebe in der Bevölkerung eine hohe Bereitschaft für Veränderungen und für mehr Klimaschutz. Auf den vorgestellten Wahlplakaten ist beispielsweise zu lesen, unser Land kann viel, wenn man es lässt. Oder Wirtschaft und Klima ohne Krise. Erstmals wollen die Grünen über 60-Jährige gezielt ansprechen, etwa in Anzeigen in Printmedien. Zwei Millionen Erstwähler will die Partei direkt anschreiben. Bundesinnenminister Seehofer hat die Rockervereinigung Bandidos MC Federation West Central verboten. Von dem Verein gehe eine schwerwiegende Gefährdung für die Allgemeinheit aus, heißt es zur Begründung. Laut Bundesinnenministerium ist es das bislang größte Verbot einer kriminellen Rockergruppe. Ihr gesamtes Vermögen werde beschlagnahmt, teilte das Ministerium mit. Untersagt wurde zudem, Ersatzorganisationen zu bilden. Von dem Vereinsverbot sind nach Schätzungen des Bundeskriminalamts bundesweit etwa 650 Rocker betroffen. Eigentlich hatte der Verein im April seine Selbstauflösung erklärt. Die bisherigen Ermittlungen hätten aber gezeigt, dass der Verein weiterhin existiere, so Seehofer. Eine unabhängige Expertenkommission fordert umfangreiche Reformen bei der hessischen Polizei im Kampf gegen Rechtsextremismus in den eigenen Reihen. Für die Polizei in Hessen sei ein kritischer Moment erreicht, sagte die Vorsitzende des Gremiums Nussberger in Wiesbaden. Die Vielzahl der Vorfälle habe zu einem Vertrauensverlust in der Bevölkerung geführt. Hintergrund für das Einsetzen der Expertengruppe waren die unerlaubten polizeilichen Datenabfragen im zeitlichen Zusammenhang mit den rechtsextremen NSU 2.0 Drohschreiben. Zudem gibt es Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen rechtsextreme Inhalte in Chats von hessischen Polizisten. Konkret machten sich die Experten in ihren Empfehlungen dafür stark, dass künftige Polizeianwärter regelhaft vom Landesamt für Verfassungsschutz überprüft werden. Nach der Parlamentswahl in Bulgarien zeichnet sich ein knapper Sieg der populistischen Partei ITN des Entertainers Trifonov ab. Sie erhielt nach Auszählung fast aller Stimmen 23,9 Prozent. Trifonov sagte, er erwarte von Präsident Radev den Auftrag zur Regierungsbildung zu bekommen. Die bürgerliche Partei GERB des früheren dreimaligen Regierungschefs Borisov kommt auf 23,7 Prozent. Auf Platz drei landeten demnach die Sozialisten mit rund 13 Prozent. Insgesamt schafften sechs Parteien den Einzug ins Parlament. Wegen Korruptionsaffären hatte es im vergangenen Jahr Massenproteste gegen die damalige Regierung Borisovs gegeben. Die Wahl galt daher auch als Machtprobe zwischen der langjährigen Machtelite und der Protestbewegung in Bulgarien. Der Befehlshaber der US- und NATO-Truppen in Afghanistan, der amerikanische General Miller, hat im Zuge des internationalen Truppenabzugs sein Kommando abgegeben. Bei einer Zeremonie in Kabul übergab Miller seine Aufgaben an General McKenzie, den Chef des US-Zentralkommandos, mit Sitz in Florida. Von dem US-Bundesstaat aus werden die militärischen Aktivitäten der USA in 20 Ländern im Nahen Osten sowie in Zentral- und Südasien koordiniert. Beobachter befürchten, dass infolge des Rückzugs der internationalen Truppen die Taliban wieder die Kontrolle über ganz Afghanistan erlangen könnten. Die Islamisten setzten ihre Offensive heute fort und griffen weitere Städte an. Die EU-Staaten wollen gegen die Verantwortlichen für die politische Krise im Libanon notfalls auch Sanktionen verhängen. Einen juristischen Rahmen hierfür solle es bis Ende des Monats geben, kündigte der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Borel, nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen in Brüssel an. Er würde beispielsweise das Einfrieren von in der EU vorhandenen Vermögenswerten ermöglichen. Der Libanon erlebt seit Monaten eine der schwersten politischen und wirtschaftlichen Krisen seiner Geschichte. Die derzeitige Regierung hatte kurz nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut ihren Rücktritt erklärt. Seitdem blockieren sich wichtige politische Blöcke bei der Regierungsbildung gegenseitig. Libanons politische Elite sieht sich zudem Korruptionsvorwürfen ausgesetzt. In Rom hat Italiens Staatspräsident Mattarella die Mannschaft von Nationaltrainer Mancini empfangen. Mattarella gratulierte dem Team und sprach von einem verdienten Sieg des Endspiels bei der Fußball-Europameisterschaft im Londoner Wembley-Stadion. Dort hatte Italien gestern England im Elfmeterschießen mit 3 zu 2 geschlagen. Nach der Verlängerung hatte es 1 zu 1 gestanden. Und hier noch einmal die Übersicht. Die Bundesregierung will das Pandemie-Geschehen künftig auf einer anderen Grundlage bewerten. Die Regierung in London hat ihre Pläne zur Aufhebung der Corona-Maßnahmen in England bestätigt. In Bulgarien markiert die knapp ausgegangene Parlamentswahl das Ende der Ära Borisov. Zum Abschluss das Wetter. In der kommenden Nacht vom Südwesten her bis zur Mitte und zum Westen Schauer örtlich auch Unwettergefahr. Tiefstemperaturen 19 bis 12 Grad. Morgen in der Südwesthälfte verbreitet Schauer, später an den Alpen und in der Mitte Gewitter. Im Nordosten meist heiter. Temperaturen im Südwesten und Westen 18 bis 24, sonst bis 32 Grad. Die weiteren Aussichten am Mittwoch stark bewirkt mit weiteren teils unwetterartigen Niederschlägen. Im Südosten nur einzelne Schauer und Gewitter bei Höchsttemperaturen zwischen 18 und 32 Grad. Das waren die Nachrichten.